jo leute was geht willkommen zu pokémon purpur und heute kommt ein video worauf ich mich selber extrem gefreut habe sehr darauf hingefiebert habe denn ich zeige euch drei pokémon die extrem gut sind für die vgc beziehungsweise für online battles da habe ich extrem bock das wird mein erstes pokémon sein wo ich selber in die vgc gehe wo ich selber online battles machen werde und dort versuche besser zu werden und da habe ich mir natürlich auch ein bisschen hilfe geholt von dem ein oder anderen profi vom discord und habe auch diese drei pokémon hier geschickt bekommen die wohl extrem stark sein sollen für online battles die würde ich jetzt einmal vorstellen und dann werde ich im stream die drei pokémon natürlich auch mal in battles ausprobieren die highlights falls ihr darauf bock habe würde ich dann auch auf youtube stellen ansonsten schau mal wie es ankommt lasst mir gerne kommentaren wissen wie ihr sowas findet ob ihr gerne mehr davon wollt es gibt auf jeden fall noch mehr pokémon die da genannt werden könnten aber starten wir doch erst mal rein ins video und starten wir rein mit dem ersten pokémon und das ist das epitaph mein epitaph ich hatte ja schon vor einer woche oder vor zwei wochen gesagt dass epitaph ein extrem starkes pokémon ist und es ist auch extrem stark in online battles folgendes set müsst ihr dafür spielen epitaph ist typ kampfgeist der terror typ sollte auf jeden fall kampf sein das item sollte wahlschall sein für dieses set dann gehen wir weiter kapi hoch und angriff hoch und ganz wichtig das wesen sollte mutig falsch froh sein das bedeutet in auch angriff runter attacken zornes faust nahkampf mülltreffer und wagemut wie das ganze ihr noch im battle dann benutzt wird erkläre ich euch gleich wichtig ist fähigkeit siegeswille das macht das euer angriff geboostet wird stark gebucht geboostet wird falls irgendeiner eurer status gesenkt wird das heißt wenn jemand zum beispiel ein heulermacht oder ein rutschlag angriffen verteidigung würde einen runter gehen aber durch siegeswille geht dann der angriff noch mal um zwei stufen hoch was extrem extrem krass ist für epitaph mit 329 angriff übrigens ich spiele hier mit angriff und kp hoch ihr könnt aber anstatt den angriff könnt ihr auch initiative nehmen aus einem einzigen grund ich habe eben gesagt dass das epitaph wahlschall hat und mit einem init wert von 238 hätte es mit warschall 340 so ungefähr 350 damit sind andere pokémon immer noch schneller deswegen könnte man auch init hoch machen anstatt angriff weil mit der attacke wagemut zieht man dem gegner so viel kp ab wie man selber hat das ist mit epitaph 424 und epitaph stirbt dabei das heißt jedes pokémon 424 kp oder weniger ist one hit tot und das ist natürlich extrem krass falls der gegner ein setup pokémon hat oder schon pokémon hat was die kraske setup gesett ab gesett abt ist das richtiges deutsch keine ahnung und damit könnte richtig geil pokémon wegsweepen deswegen ist natürlich wichtig dass der init wert auch hoch ist und deswegen auch der wahlschall ansonsten habt ihr hier mülltreffer nachkampf und zornesfaust drauf zornesfaust hatte ich euch auch schon mal gesagt kann extrem stark werden nachkampf 120er base damage mülltreffer 120er base damage aber ansonsten eigentlich ist dieses pokémon dafür da um extrem starke gegner pokémon mit einer attacke weg zu sweepen und das ist wagemut mit dem wahlschall ein pokémon für ein pokémon man kennt es ein bisschen aus dem schach nimmt für eine figur eine andere figur vom schachbrett was vielleicht ein bisschen stärker ist oder stärker ist gegen dein team extrem krasses pokémon gerade mit wagemut mit der geschwindigkeit mit der kp ja was soll ich dazu noch sagen epitaph geiles pokémon werde ich auf jeden fall einmal ausprobieren in online battles kommen wir zum nächsten pokémon das hatte ich euch auch schon mal vorgestellt zu den stärksten pokémon in paldea und das ist mopex mopex ist krass mopex wird in online battles auch extrem viel gespielt wegen der typen kombination drachen normal wegen belebekraft wegen schwanz abwurf fangen wir am anfang an also typ drache normal terror typ unlicht warum erzähle ich euch gleich item plateau schuhe für eventuelle tarnsteine vom gegner attacken schwanz abwurf habe ich euch schon mal erklärt es kommt ein es kommt ein delegator euer pokémon wird ausgetauscht gegen ein anderes pokémon durch belebekraft heilt sich mopex und das neue pokémon hat ein delegator ihr könnt also for free das pokémon auswechseln turbo dreher damit macht ihr auch wieder zum beispiel gift spitzen weg verhöhner damit der gegner keine setup attacken machen kann sondern nur angriffs attacken und abschlag um das item vom gegner wegzuschlagen das setup ist einfach ein mega geiles support setup am besten spielt der mopex immer als erstes ihr könnt mit schwanz abwurf ein anderes pokémon reinbringen ihr könnt mit verhöhner verhindern dass der gegner vielleicht zum beispiel am anfang ein tarnstein rausholt ihr könnt mit abschlag das item vom gegner wegnehmen ihr habt mit belebekraft die die heilkraft durch schwanz abwurf ihr habt einen hohen init wert und warum terra unlicht ihr habt nur abschlag um damit schaden zu machen drach und normal würde keinen sinn machen weil die hier kein drachen und normal attack gehabt klar turbo dreher turbo dreher macht aber nur 50 stärke abschlag mal 65 und da macht natürlich sind dort auch den terra typen unlicht zu benutzen um dort noch ein bisschen mehr schaden raus zu ballern insgesamt ein sehr sehr gutes pokémon allen erster stelle absolutes must have und kam sie in purpur werde jeden fall auch in online battles ausprobieren und ich bin sehr sehr gespannt wie op schwanz abwurf für belebekraft ist verhöhner turbo dreher es wird ein sehr sehr geiles pokémon und als letztes pokémon das habe ich mir jetzt extra für den schluss aufgerufen da müsst ihr euch jetzt mal kurz am stuhl festhalten einmal anschnallen weil das es ist ja psyopatra das können wir schon mal verraten das pokémon ich wusste es nicht das pokémon ist komplett komplett broken ihr spielt darauf überreste ich spielt darauf den terra typ kampf kampf dann gehen wir rüber ihr spielt das pokémon auf ein mäßiges wesen spezial angriff hoch hoch und kp hoch damit hat 374 kp macht sinn mit den überresten und 325 spezial angriff und jetzt kommen wir zu den attacken es hat terra ausbruch mit kampf da kommen wir gleich zu es hat kraft vorrat was kraft vorrat kann zeige ich euch auch gleich gedankengut erhöht spezial angriff spezial verteidigung und schutzschild wenn man überreste spielt muss man eigentlich fast immer schutzschild spielen um sich wieder hoch zu heilen und die versteckte fähigkeit temposchub und jetzt kommen wir dazu die attacke kraft vorrat hat ein base damage von 20 jetzt denkt ihr euch ja gut 20 das ist doch kein schaden die kriegt pro geboostete set up noch mal 20 stärke das bedeutet jede runde temposchub innert hoch kann bis zu plus sechs gehen hat kraft vorrat jede runde safe plus 20 gedankengut gibt ein setup von zwei plus spezial angriff spurt plus spezial verteidigung das heißt ihr habt nach der ersten runde wenn ihr gedankengut gedrückt habt oder wenn in der ersten runde schutzschild drücken würde das würde ich wahrscheinlich machen habt ihr nach der ersten runde beziehungsweise nach der zweiten runde ein kraft vorrat per base damage 120 er drückt einmal gedankengut 180 er drückt noch mal gedankengut 240 und so kann sich das hochstecken wenn ihr alles alles stats auf maximum bringen würde auf eine auf eine stärke von über 800 das ist glaube ich mit abstand die stärkste attacke im ganzen spiel ich wusste das auch nicht bis zu diesem bild den ich gesehen habe und jetzt kommt sagen wir ihr habt mit schwanz abwurf habt ihr psihopata reingebracht der gegner wechselt auf ein unlicht pokémon ihr habt ein setup drin von einmal temposchub auf zweimal temposchub und der gegner hat ein unlicht pokémon reingebracht und würde euch jetzt nächste runde angreifen dann drückt ihr den terror button habt kampf drin dann terror ausbruch und das unlicht pokémon ist einfach weg weil ihr vorher safe schon ein oder zweimal gedankengut gedrückt habt habt ihr schon 600 spezial angriff terror ausbruch geht auf spezial kampf das pokémon ist einfach weg also also wenn ihr psihopatra einmal hoch gebufft habt mit kraft vorrat und terror ausbruch auf kampf es wird einfach so durchrasieren ich habe da so bock drauf das einmal auszuprobieren ihr werdet es sehen ich werde die highlights auf jeden fall glaube ich auf youtube hochstellen sagt gerne kommentaren ob ihr darauf bock habt wenn ihr da nichts verpassen wollt follow auf dem kanal lassen die glocke aktivieren ich würde mich sehr über ein like auf dem video freuen wir sind jetzt bei 2000 oder knapp vor 2000 abonnenten das gerne follow auf dem kanal da ich bin jeden tag auf twitch live wenn ihr da gerne ein bisschen mehr sehen wollt schaut mal gerne auf twitch rein wir haben da auch aktuell giveaways verschiedene turniere ihr könnt sachen gewinnen also schaut da auf jeden fall gerne auch mal rein ja und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal viel spaß mit diesen drei pokémon und haut rein